Passendes Personal für passende Jobs. Trendwerk, beauftragt vom AMS Wien, hilft Unternehmen wie auch arbeitssuchenden Menschen. Andreas Paula von den Wiener Volkshochschulen sucht sein Personal auch über Trendwerk Wien. Wir bei den Wiener Volkshochschulen arbeiten schon seit über zehn Jahren mit Trendwerk zusammen und schätzen die Flexibilität sehr. Trendwerk hat für uns immer rasche Lösungen. Außerdem hat sich gezeigt, dass die Betreuung der Mitarbeiterinnen während der Überlassung über Trendwerk ein stabileres Arbeitsverhältnis zur Folge hat. Dadurch entsteht eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ich habe nur positive Erfahrungen und derzeit zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die 2019 in Pension geht. Das gelingt durch Trendwerk mit dem Modell Pensionsleasing. Es ist kein Zufall, wenn alles passt. Erfahren Sie mehr unter www.trendwerk.at oder werhatwien.at